Die Zahl, die wir bekommen haben von der Polizei, die hatten die 15.000 heute durchschlangen. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Zum 9. Mal haben wir Seite an Seite gestanden und sind friedlich durch unsere Stadt spaziert, um unsere Forderung an die deutschen Politiker und an die Medienkaste Ausdruck zu verweilen. Das Volk gibt uns recht. Es wird an jeder Ecke, in jedem Schwungblatt, in jeder sinnlosen Totshow diskutiert. Und das Wichtigste, die Politik kommt in Schwung und kann uns nicht mehr ignorieren. Aber leider, wenn diese Schreibtisch-Töne, welche den Kontakt zur Basis schon vor vielen Jahren verloren haben, eigentlich nur noch in Bewegung kommen und eigentlich nur noch in Bewegung kommen, wenn es heißt, höhere Diäten abzufassen, sie tun genau das Falsche. Sie verteufeln, diffamieren und diskreditieren euch Menschen hier, welche sie erst mit ihren Stimmen beinahe zu dem gemacht haben, was sie jetzt sind. Sie werden gewählt als Volksvertreter, entbitten sich aber zusehends als Volksverräter. Sie beschimpfen uns, sie lachen über uns und sie scheren sich einen Drehkommunst. Am profitersten finde ich, dass diese Leute uns angeblich demaskieren wollen, dabei aber Bündnisse mit gewaltbereiten, antidemokratischen Kräften eingehen und, was ich weiß, in den Markt und den Presser begeben. Ich will euch heute nicht so lange quälen mehr, weil ich finde, wir haben damit gezeigt, dass wir heute wieder spaziert sind und abermals gewachsen sind, dass wir auf dem richtigen Weg sind und es sich langsam, sehr langsam, etwas bewegen kann in unserem Land. Bravo! Bravo! Bravo!